Der Familie Bistuschev entstammten vier Brüder, allesamt Dezembristen, Nikolai, Alexander, Michael und Peter. Der Vater, Ivan Bistuschev, war Literat. Darüber hinaus hat er 1798 das St. Petersburgs Journal herausgegeben. Sein Sohn Alexander wurde ein Jahr früher geboren. Die hohe Offizierslaufbahn hat er nicht absolvieren können, was der Wunsch des Vaters gewesen wäre, dafür trat er 1816 der Kavalerie bei. Seine Einheit war in Petershof einquartiert, unweit vom Palast Mali. Diesem Umstand verdanken wir Bistuschevs Pseudonym, unter dem er schrieb Marlinski. 1818 begann er zu publizieren und entwickelte sich bald zu einem erfolgreichen Kritiker, Übersetzer, Feuilletonisten, Essayisten und Boeten. Seine Poser erfreute sich seinerzeit größter Popularität. 1822 gab er mit Konrati Reliev den Almanach der Polarstern heraus. Dort fielen besonders seine retrospektiven russischer Literatur auf, die große Bedeutung in der Verbreitung von Texten der literarischen Romantik hatten. Im Januar 1824 trat Bistuschev als aktives Mitglied der nördlichen Gesellschaft der Dezembristen bei. Auch der Aufstand vom 14.12.1825 sah ihn als einen der aktivsten Kämpfer. Nach dem Untergang der geheimen Gesellschaft hat sich Bistuschev freiwillig der Wache des Winterpalastes ergeben. Im Prozess gegen ihn bebunte das oberste Gericht seine Rolle als Anstifter und Autor vieler skandalöser Werke. Zu 20 Jahren schwerer körperlicher Arbeit verurteilt, verbrachte er die ersten Jahre in Finnland, später in Irkutsk, Sibirien und zum Schluss 1829 erfolgte die Strafversetzung in den Kaukasus. Das harte Soldatenleben kostete Bistuschev viel Substanz, körperlich als auch psychisch. 1830 wurde sein Poem André Prinz Beriaslavsky. Roman eine Fregatte namens Hoffnung, als auch Ammalat Beck. Übrigens diente dieses Sujet dem Komponisten Alexander Alaviev als Grundlage für eine Opernkomposition gleichen Titels und anderes veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen brachten dem Autor unerwartete Anerkennung, wurden Teil des gesellschaftlichen Lebens und sogar Thema der damaligen High Society. Trotz alledem konnte Nikolai I. einer Begnadigung nicht zustimmen. 1836 wurde Bistuschev für seine Tapferkeit zum Unteroffizier befördert und mit Orden dekoriert. Auch dies konnte seine Versetzung in den Kaukasus nicht verhindern, wo viele Soldaten, wenn sie nicht kriegerischen Handlungen zum Opfern vielen tödlichen Erkrankungen erlagen. Am 07.07.1837, im Alter von 40 Jahren, wurde er in einem Gefecht mit der aufständischen Bevölkerung getötet. Zeugenaussagen zufolge suchte Bistuschev absichtlich den Tod. Sein Leichnam ist nie gefunden worden. Alexander Bistuschev-Marlinski Hinterm blauen Meer Hinter blauen Meer Hinter der blauen Ferne Begraben habe ich mein Herz Die Sehnsucht nach Vergangenem Lies erstarren meinen Schmerz Wie Tosen von Meeresbrandung Es wuchs Wurde stark Unberechenbar mächtig Aus dem Wehrwer Unzählbare Stimmen Vernahm ich kraftvollen Hafenklang hier Der Schwesterschlag da Dort Der Kettenklären Ich 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 Vielen Dank.